Der größte Erfolg der US-Spionageabwehr... Also wirklich, Mann, ich lese. Das sind Nachrichten von gestern. Ich muss den Kopf ein bisschen anregen. So, siehst du, das reicht. Jetzt kann ich nichts hören. Aber ich kann wieder lesen. Okay, weißt du was? Da, Untertitel, bist du jetzt zufrieden? Diese cleveren Japaner haben's wieder hingekriegt. Die Ermittler vermuten einen defekten Haartrockner als Ursache der Explosion. Stichwort mies geföhnt. Hier ist Curtis mit dem Wetter kichern. Das soll ein Witz sein, oder? Entschuldige, es fällt mir schwer, dem zu folgen. Du könntest mir helfen, wenn du den Part der Moderatorin sprichst. Du hast sie doch nicht mehr alle. Aus dem Norden kommt eine Kaltfront gerollt und kollidiert mit Hochdrucksymptomen. Es heißt Systemen. Da steht Symptome. Dann haben die einen Schreibfehler gemacht. Wie soll ich dann diesen Untertitel vertreten? Und da hast du deinen Ton zurück. Curtis, danke vielmals. Nicht so ernste Nachrichten. Heute wurde eine Katze aus einem Baum gelegt. Der Feuerwehrmann um einen Kommentar gebeten, sagte nur, es lief perfekt.